Aber bevor wir angreifen, können wir dann doch noch mal ein bisschen mehr reinwapen, denn da haben wir es ja irgendwie gegen die ganze Basis. So. Los geht's. Puh, Attacke. Oh, fuck it. Nein, zwei Seitenangriff. Nicht gut. Ah ja, es klappt, es klappt. Nein, es klappt nicht. Hier drauf, bitte. Ah, fuck. So. Alte Protoss-Taktik, einfach den Strom abschalten. Puh, das war... Wo kommst du denn her? Das war, naja, okay. Halbwegs. So. Könnte auf jeden Fall mehr Gates gebrauchen. So. Ah, kein Waspien-Gas mehr. Nix von nix mehr. Da müsste noch eins. So. So. Warp in Pilots. Äh, Quatsch. Gateways. Wo stelle ich die denn hin? Ich bin absolut kein Mann des geschickten Basenbaus. So. Team 1 steht hier und wartet. Ein Stalker kann ich noch. So. Team 5. Und dann räumen wir mal die Basis endlich hier. Ah, geht weg von diesem Scheiß. Äh, äh. Na, Kanon. Jetzt drauf hier. I am the heart of darkness. Very well. So, sehr gut. It should be, as you say. Na, was ist denn hier los? Statement. Mineral field depleted. Ja, das trifft sich ganz gut. Mineral field depleted. Aus dem Boden gehoben hab. Soweit der Plan. So, neues Command Center. Ein neuer Nexus, bitte. Gut, gut, gut. Bisher. Halbwegs. Ah! Was geht denn hier ab? Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Glaub kaum, dass das noch was bringt. Nein. Komm schon, komm schon. Das wird nichts. Scheiße. Ah! Und schön, und schön. Ich krieg's nicht hin. Abbrechen. Fuck. Das war mistig. Ah. Und kein Vespiengas. Wie soll ich denn das Ding vom Himmel holen? Okay, es greift hier an. Das ist schön. So, Edge, Badge, Silberdorf. Ah, was läuft denn hier? Hab ich die noch nicht abgeerntet, oder was? Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, das sieht hier schlecht aus. Mit den Mineral Fields. Schnell diesen Nexus endlich nachziehen hier. Oh, da guckt mal einer, schau. Es ist Pino ohne Ende. So, was sollst du denn? Geld haben wir ja noch. Momentan. So, die können wir auch mal schön abziehen. Und jetzt soll die Fans gleich mal ein paar Cannons hochziehen. Bleib mal schön hier. Bleib mal schön hier. So, werd endlich fertig. Und du bist auch hier gefälligst. Jawoll, und los. So. Sehr schön. Ein paar Stalker brauche ich jetzt auf jeden Fall, um mir die Lufthorheit hier irgendwie auch wieder zu sichern. Apropos Lufthorheit. Kann mir auch noch den Starport und könnten mal ein paar Phoenixe reinwarten. So, das beschleunigen wir. Und die Gates kommen endlich noch hinzu. Oh, fuck. Attacke. Na, die doch nicht. Die Popes doch nicht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, das dachte ich mir. Was denn für ein Teleport, verdammt. Das haben wir irgendwie geschafft. So, jetzt gibt es hier wieder Kohle anscheinend. Ach so. Die hier noch zum... Nein. Ach, ich drücke die falsche Taste. So, acht Bob Gates. Jetzt warten wir mal hier, dass hier wieder schönes Vespin rauskommt. Puh. Und Phoenixe kann ich nicht mehr bauen. Muss ich die beiden hier mitnehmen. Ah, ist das alles anstrengend. Meine Güte, Starcraft ist anstrengend. Und so, viel mehr als der letzte kann ich leider nicht bauen. Jetzt schon. Sehr gut. Jetzt kann ich wieder ein paar Stalker reinbauen. Dann müssen wir auch langsam endlich mal wieder vorankommen hier. So bringt einen das ja auch nicht weiter. Aber irgendwie haben wir keine gute Defense für hier unten. Wird mal die hier auf die 6 setzen. Auf die 6. Und dann hier so ein bisschen in der Mitte stehen lassen. Und vielleicht, auch wenn das nicht so wirklich das Commanden... Äh, wenn das eher Commandenkrankermäßig ist, einfach die Defense hier ein bisschen verstärken. Zumindest habe ich so früh immer Commandenkranker gespielt. Scheiß auf Armee, sondern einfach eine unpenetrierbare Festung. Oh, fuck it. Soll es Advent. Soll ich jetztft das runterhalten. Okay.